Max und Moritz. Eine Bubengeschichte in sieben Streichen von Wilhelm Busch. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen. Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, und oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit, ja. Dazu ist man bereit. Menschen, Necken, Tiere, Quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Stählen, das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule fest zu sitzen auf dem Stuhle. Aber wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Ja, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Ja, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Ja, das war ein schlimmes Ding. Mancher gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh. Eines Teils der Eier wegen, welche diese Vögel legen. Zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann. Drittens aber nimmt man auch ihre Federn zum Gebrauch in die Kissen und die Pfühle, denn man liegt nicht gerne kühle. Seht, da ist die Witwe Bolte, die das auch nicht gerne wollte. Ihre Hühner waren drei und ein stolzer Hahn dabei. Max und Moritz dachten nun, was ist hier jetzt wohl zu tun? Ganz geschwinde, eins, zwei, drei, schneiden sie sich, Brot entzwei, in vier Teile, jedes Stück wie ein kleiner Finger dick. Diese binden sie an Fäden übers Kreuz, ein Stück an jeden und verlegen sie genau in den Hof der guten Frau. Kaum hat dies der Hahn gesehen, fängt er auch schon an zu krähen. Kik, 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 kik. Tak, 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 da kommen sie. Hahn und Hühner schlucken munter jedes ein Stück Brot hinunter. Aber als sie sich besinnen, konnte keines Recht von hinnen. In die Kreuz und in die Quer reißen sie sich hin und her, flattern auf und in die Höhe. Ach, Herr Jemini, ach, sie bleiben an dem langen, dürren Ast des Baumes hangen und ihr Hals wird lang und länger, ihr Gesang wird bang und bänger. Jedes legt noch schnell ein Ei und dann kommt der Tod herbei. Witwe Bolte in der Kammer hört im Bette diesen Jammer ahnungsvoll, tritt sie heraus. Ach, was war das für ein Graus? Fließet aus dem Auge, ihr Tränen, all mein Hoffen, all mein Sehnen, meines Lebens schönster Traum hängt an diesem Apfelbaum. Tief betrübt und Sorgen schwer, kriegt sie jetzt das Messer her, nimmt die Toten von den Strängen, dass sie so nicht länger hängen und mit stummem Trauerblick kehrt sie in ihr Haus zurück. Das war's für ein Graus. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Als die gute Witwe Bolte sich von ihrem Schmerz erholte, dachte sie so hin und her, dass es wohl das Beste wär, die Verstorbenen, die Heniden schon so frühe, abgeschieden, ganz im Stillen und in Ehren, gut gebraten, zu verzehren. Freilich war die Trauer groß, als sie nun so nackt und bloß abgerupft am Herde lagen. Sie, die einst in schönen Tagen, bald im Hofe, bald im Garten, lebensfroh im Sande scharten. Ach, Frau Bolte weint aufs Neu und der Spitz steht auch dabei. Max und Moritz rochen dieses, schnell aufs Dach gekrochen, hieß es. Durch den Schornstein mit Vergnügen sehen sie die Hühner liegen, die schon ohne Kopf und Gurgeln lieblich in der Pfanne schmurgeln. Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller, dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Unterdessen auf dem Dache ist man tätig bei der Sache. Max hat schon mit Vorbedacht eine Angel mitgebracht. Schwupp, die Wupp, da wird nach oben schon ein Huhn heraufgehoben. Schwupp, die Wupp, jetzt Nummer zwei. Schwupp, die Wupp, jetzt Nummer drei. Und jetzt kommt noch Nummer vier. Schwupp, die Wupp, dich haben wir. Zwar, der Spitz sah es genau und er bellt. Aber schon sind sie ganz munter fort und von dem Dach herunter. Na, das wird Spektakel geben, denn Frau Bolte kommt soeben. Angewurzelt stand sie da, als sie nach der Pfanne sah. Alle Hühner waren fort. Spitz, das war ihr erstes Wort. Oh, du Spitz, du Ungetüm, aber warte, ich komme ihm. Mit dem Löffel groß und schwer geht es über Spitzen her. Laut ertönt sein Wegeschrei, denn er fühlt sich schuldenfrei. Max und Moritz im Verstecke schnarchen aber an der Hecke und vom ganzen Hühnerschmaus guckt nur noch ein Bein heraus. Dieses war der zweite Streich. Doch der dritte folgt sogleich. Jeder Mann im Dorfe kannte einen, der sich Böck benannte. Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hosen, Spitzefrecke, Westen mit bequemen Taschen, warme Mäntel und Gamaschen. Alle diese Kleidungssachen wusste Schneider Böck zu machen. Oder wäre was zu flicken, abzuschneiden, anzustücken oder gar ein Knopf der Hose abgerissen oder lose. Wie und wo und was es sei, hinten, vorne, einerlei, alles macht der Meister Böck, denn das ist sein Lebenszweck. Drum, so hat in der Gemeinde jedermann ihn gern zum Freunde. Aber Max und Moritz dachten, wie sie ihn verdrießlich machten. Nämlich, vor des Meisters Hause floss ein Wasser mit Gebrause übers Wasser, führt ein Steg und darüber geht der Weg. Max und Moritz, gar nicht träge Sägen, heimlich mit der Säge, Ritze, Ratze, Vollertücke in die Brücke, eine Lücke. Als nun diese Tat vorbei, hört man plötzlich ein Geschrei, hey, heraus, du Ziegenböck, Schneider, Schneider, Meck, Meck, Meck. Alles konnte Böck ertragen, ohne nur ein Wort zu sagen, aber wenn er dies erfuhr, ging es ihm wieder die Natur. Schnelle springt er mit der Elle über seines Hauses, schnelle, denn schon wieder ihm zum Schreck tönt ein lautes Meck, Meck, Meck. Und schon ist er auf der Brücke, krach, ksss, die Brücke bricht in Stücke. Wieder tönt es Meck, 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 Plump, ksss, da ist der Schneider weg. Gerade als dieses vorgekommen, kommt ein Gänsepaar geschwommen, welches Böck in Todes hast, krampfhaft bei den Beinen fasst. Beide Gänse in der Hand flattert er auf trockenes Land. Übrigens, bei alledem ist so etwas nicht bequem, wie der Böck von der Geschichte auch das Magendrücken kriegte. Hoch ist hier Frau Böck zu preisen, denn ein heißes Bügeleisen auf den kalten Leib gebracht, hat es wieder gut gemacht. Bald im Dorf hinauf, hinunter hieß es, Böck ist wieder munter. Dieses war der dritte Streich, doch der vierte folgt sogleich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Musik Musik Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe, nicht allein im Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen, nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Dass dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lempel da. Max und Moritz, diese beiden, mochten ihn darum nicht leiden, denn wer böse Streiche macht, gibt nicht auf den Lehrer acht. Nun war dieser brave Lehrer von dem Tobak ein Verehrer, was man ohne alle Frage, nach des Tages Mühe und Plage, einem guten alten Mann auch von Herzen gönnen kann. Max und Moritz, unverdrossen, sinnen aber schon auf Possen, ob vermittels seiner Pfeifen dieser Mann nicht anzugreifen. Einstens, als es Sonntag wieder und Herr Lempel brav und wieder in der Kirche mit Gefühle saß vor seinem Orgelspiele, schlichen sich die bösen Buben in sein Haus und seine Stuben, wo die Meerschaumpfeife stand. Max hält sie in seiner Hand, aber Moritz aus der Tasche zieht die Flintenpulverflasche und geschwinde Stopf, Topf, Stopf, Pulver in den Pfeifenkopf. Jetzt nur still und schnell nach Haus, denn schon ist die Kirche aus. Eben schließt in sanfter Ruhe Lempel seine Kirche zu. Und mit Buch- und Notenheften nach besorgten Amtsgeschäften lenkt er freudig seine Schritte zu der heimatlichen Hütte. Und voll Dankbarkeit, so dann zündet er sein Pfeifchen an. Ach, spricht er, die größte Freude ist doch die Zufriedenheit. Rumpsss, da geht die Pfeife los mit Getöse, schrecklich groß, Kaffeetopf und Wasserglas, Tabakdose, Tintenfass, Ofentisch und Sorgensitz. Alles fliegt im Pulverblitz. Als der Dampf sich nun erhob, sieht mein Lempel, der Gottlob, lebend auf dem Rücken liegt. Doch er hat was abgekriegt. Nase, Hand, Gesicht und Ohren sind so schwarz, als wie die Mohren. Und des Haares letzter Schopf ist verbrannt. Und bis auf den Kopf, wer soll nun die Kinder lehren und die Wissenschaft vermehren? Wer soll nun für Lempel leiten seine Amtestätigkeiten? Woraus soll der Lehrer rauchen, wenn die Pfeife nicht zu brauchen? Mit der Zeit wird alles heil. Nur die Pfeife hat er teilt. Dieses war der vierte Streich. Doch der fünfte folgte sogleich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wer im Dorfe oder Stadt einen Onkel wohnen hat, der sei höflich und bescheiden, denn das mag der Onkel leiden. Morgens sagt man, guten Morgen. Haben Sie was zu besorgen? Bringt ihm, was er haben muss? Zeitung, Pfeife, Filibus. Oder sollt es wo im Rücken drücken, beißen oder zwicken? Gleich ist man mit Freudigkeit dienstbeflissen und bereit. Oder sei es nach einer Prise, dass der Onkel heftig niese, ruft man Prosit. Allzugleich Danke. Wohl bekomme es euch. Oder kommt er spät nach Haus, zieht man ihm die Stiefel aus, holt Pantoffel, Schlafrock, Mütze, dass er nicht im kalten Sitze kurz. Man ist darauf bedacht, was dem Onkel Freude macht. Max und Moritz ihrerseits fanden darin keinen Reiz. Denkt euch nur, welch schlechten Witz machten sie mit Onkel Fritz. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. In den Bäumen hin und her fliegt und kriecht und krabbelt er. Max und Moritz, immer munter, schütteln sie vom Baum herunter. In die Tüte von Papiere sperren sie die Krabbeltiere fort damit und in die Ecke unter Onkel Fritzens Decke. Bald zu Bett geht Onkel Fritze in der spitzen Zippelmütze. Seine Augen macht er zu, hüllt sich ein und schläft in Ruhe. Doch die Käfer, Kritze, Kratze, kommen schnell aus der Matratze. Schon fasst einer, der voran Onkel Fritzens Nase an. Bauch, schreit er, was ist das hier? Und erfasst das Ungetier und den Onkel voller Grausen sieht man aus dem Bett sausen. Autsch! Schon wieder hat er einen im Genicke. An den Beinen, hier und her und rundherum kriecht es, fliegt es mit Gebrumm. Nun, Onkel Fritz in dieser Not haut und trampelt alles tot. Guckst du mal, jetzt ist's vorbei mit der Käferkrabbelei. Onkel Fritz hat wieder Ruhe und macht seine Augen zu. Dieses war der fünfte Streich. Doch der sechste folgt sogleich in der schönen Osterzeit, wenn die frommen Bäckersleut viele süße Zuckersachen backen und zurechte machen, wünschten Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Doch der Bäcker, mit Bedacht, hat das Backhaus zugemacht. Und, also, will hier einer stehlen, muss er durch den Schlot sich quälen. Ratsch! Da kommen die zwei Knaben durch den Schornstein. Schwarz wie Raben. Puff! Sie fallen in die Kist, wo das Mehl darin ist. Da, nun sind sie alle beide rundherum, so weiß wie Kreide. Aber schon mit viel Vergnügen sehen sie die Brezeln liegen. Knacks! Da bricht der Stuhl in zwei. Schwapp! Da liegen sie im Brei. Ganz von Kuchenteig umhüllt stehen sie da als Jammerbild. Gleich erscheint der Meister Bäcker und bemerkt die Zuckerleger. Eins, zwei, drei! Ehe man's gedacht, sind zwei Brote draus gemacht. In dem Ofen glüht es noch. Ruff! Damit ins Ofenloch. Ruff! Man zieht sie aus der Glut. Denn nun sind sie braun und gut. Jeder denkt, die sind perdu, aber nein. Noch leben sie. Knusper, knasper, wie zwei Mäuse. Fressen sie durch das Gehäuse und der Meister Bäcker schrie. Ach, Herr Jäh! Da laufen sie! Dieses war versechstes Drei. Doch der Letzte folgt zugleich. Kaffee, 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 Kaffee! Untertitelung des ZDF, 2020 Max und Moritz, wehe euch, jetzt kommt euer letzter Streich. Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner Malta-Säcke. Aber kaum, dass er von innen, fängt das Korn schon an zu rinnen und verwundert steht und spricht der Zappermend. Und, das Ding wird lichter, hei, da sieht er voller Freude Max und Moritz im Getreide. Raps! In seinen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller, hei, heran! Mal er das, so schnell er kann. Huch, her damit! Und in den Trichter schüttelt er die Bösewichte. Ricke, racke, ricke, racke geht die Mühle mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschroten und in Stücken. Doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Bolte, mild und weich, sprach, Sieh da, ich dachte es gleich. Ja, 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 rief Meister Böck, Bosheit ist kein Lebenszweck. Darauf, so sprach der Lehrer Lempel, dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meinte der Zuckerbäcker, warum ist der Mensch so lecker? Selbst der gute Onkel Fritze sprach, das kommt von dummen Witzen. Doch der brave Bauersmann dachte, wat galt megt dat an? Kurz im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020